Mein Name ist Lothar Riemer. Ich war über 40 Jahre Polizeibeamter. Mit Leib und Seele habe viel im In- und Ausland Einsätze gefahren, die natürlich auch ihre Spuren hinterlassen haben. Hallo Lothar. Hallo. Bubble Nater hat sich gefragt, wieso bist du Polizist geworden? Ja, das ist schon immer ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ich kann mich entsinnen, dass ich als kleiner Junge auf dem Rücksitz meiner Mama im Auto gesessen bin und es war Winter, es war alles zugeschneit und die Kreuzungen sind damals noch von Polizisten geregelt worden. Der war auf so einem Protest gestanden und das hat mich tief beeindruckt, dass trotz Verkehrs- oder Wetterchaos dort einer gestanden ist, der das Chaos versucht hat zu regeln. Und das war für mich sehr beeindruckend. Da habe ich gedacht, das ist toll, dass es Menschen gibt, die versuchen ein gemeinsames, gedeihliches Zusammenleben organisieren. Ralf interessiert. Welche Funktion hast du alle begleitet? Ich war erst bei der Bundespolizei, früher Bundesgrenzschutz, habe dann meine Polizeiausbildung gemacht. Dann habe ich gearbeitet als Sicherheitsbeamter an der Deutschen Botschaft in Moskau, dann in Kairo. Dann habe ich gewechselt zur Landespolizei in München, war da als Zivilfahrender am Hauptbahnhof, dann war ich später am Olympiapark. Ganz normaler Streifenbeamter, dann bin ich zu den Vereinten Nationen und habe in Bosnien-Herzegowina als UN-Polizist gearbeitet. Bin dann nochmal zwei Jahre auf die Hochschule, habe dann nochmal studiert, habe dann den gehobenen Dienst, also Kommissarslaufbahn eingeschlagen, war viele Jahre bei der Kriminalpolizei in München. Dann habe ich gewechselt zur Autobahnpolizei, ganz was anderes, war dann da Autobahnpolizist, dann war ich Dienstgruppenleiter in Erding. Bin dann für ein Jahr nach Berlin, war da zuständig für die Auslandseinsätze, habe da dann auch dreimal Dienstreisen ausführlich gemacht in Afghanistan, war da in verschiedenen Städten unterwegs. Ja, und die letzten Jahre war ich dann Polizeilehrer und Klassleiter in Dachau bei unseren Polizeischülerinnen und Schülern. Taube hat sich gefragt, welcher Fall ging der besonders nah? Um einen zu beantworten, der ist mir sehr nahe gegangen, weil wir einen Mann gesucht haben, der sich umbringen wollte. Und dieser Mann, den haben wir dann nachts um zwei in einer Unterführung gefunden und ich bin ihm nachgerannt, weil ich ihm helfen wollte. Mein Kollege ist außenrum und hat ihm versucht, den Weg abzuschneiden. Und ich bin ihm hinterher, habe dann gerufen, halt Polizei, bleiben Sie doch stehen, wir können Ihnen doch helfen, weil es gibt doch keine Probleme, die man nicht lösen könnte. Und dann ist der stinkgeblieben und ist dann in der Unterführung da plötzlich auf mich losgegangen mit dem Messer und wollte mich abstechen. Der wollte mich töten. Und ich habe dann mit dem ganz alleine da erstmal kämpfen müssen, bis mein Kollege dazugekommen ist. Und ich hatte wirklich, ich hatte Todesangst und habe gedacht, der sticht mich jetzt mit dem Messer ab. Und mein Kollege ist dann auch noch mit dazugekommen, Gott sei Dank, auch relativ schnell. Und das hat mich bis heute schwer beschäftigt, weil es doch ist, dass man Menschen helfen will. Und wir wollten ihm helfen und er wollte eigentlich mich umbringen. Und das hat mich schon schwer belastet. Aber durch die Polizeisäure, durch Gespräche, die haben mir dann das erstmal erklärt, dass ich dem Mann im Wege gestanden bin für seine, das, was er tun wollte. Er wollte sich ja umbringen. Und deswegen hat er erstmal versucht, mich umzubringen, um dann seine Tat auszuführen. Sissi möchte wissen, hast du schon mal jemanden laufen lassen, weil er dir sympathisch war? Also das nicht, aber man geht natürlich etwas unterschiedlich auch mit den Leuten um, ganz klar. Und es gibt Situationen, wo man sich schon manchmal denkt, das hättest du wahrscheinlich genauso gemacht. Hooray89 möchte wissen, welche Erfahrung zaubert dir heute noch ein Lächeln auf die Lippen? Zum Beispiel, da war ich Dienstgruppenleiter in Erdingen und da hat meine Familie angerufen, ganz aufgelöst, ihre Tochter ist vermisst. Die haben Angst gehabt, dass sie sich umbringt. Liebeskummer, was auch immer. Und ja, die haben wir dann gesucht mit einem Riesenaufwand auch und haben sie dann letztendlich auch gefunden. Und als ich dann die Nachricht den Eltern überbracht habe, da hat der ungefähr 50-jährige Vater mich in den Arm genommen und hat mir einen Kutz gegeben. Und das war im ersten Moment natürlich schon ein bisschen überraschend. Aber das ist etwas, was einem so ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Oder wenn man Leute trifft, die sagen, also Herr Riemer, Sie haben mir damals so gut geholfen oder das hat uns geholfen. Und das erlebt man manchmal, nicht allzu oft, aber das sind die schönen Dinge dann im Beruf. L.I.B. hat sich gefragt, welche Form von psychischer Belastung hast du selbst erlebt? Psychische Belastungen sind als Polizeibeamter ständig, denen bist du ständig auch ausgesetzt, weil wir natürlich immer mit Schicksalen der Menschen zu tun haben. Das heißt, wir sind ständig mit diesen Menschen direkt nah im Kontakt und nehmen daran natürlich auch Anteil an dem Schicksal. Und das ist die Gefahr, wenn man zu sehr die Sache an sich ranlässt, dass es einen dann auch krank macht. Als ich dann natürlich aus Afghanistan zurückgekommen bin, war ich, oder nach diesem einjährigen Einsatz, war ich einfach körperlich und seelisch so angeschlagen, dass ich dann krank geworden bin. Das muss jetzt nicht unbedingt reine Wege Afghanistan gewesen sein, sondern, mei, ich bin in Bosnienien im Minenfeld reingefahren. Wir haben eine Handgranate unterm Auto platziert gehabt und so. Und dann bin ich halt krank geworden und habe mir dann medizinische und psychische Hilfe suchen müssen. Und das hat mir dann sehr geholfen. Lil Biem hat sich gefragt, welche Situation war rückblickend besonders beängstigend. Eine herausstechende ist natürlich unter anderem, wie ich für die Vereinten Nationen in Bosnien war, weil da waren Unmengen Minen rumgelegen. Also die ethnischen Gruppen haben ja da alles, die Militärs vermint. Und wir mussten als UN-Polizeien kreuz die Quelle übers Land fahren, die Dörfer auch abfahren, fragen, wie es denen geht, ob alles passt, ob keine illegalen Checkpoints sind. Und da sind mein deutscher Kollege und ich mal in ein Minenfeld reingefahren. Und da magst du gedanklich schon auch dein Testament. Und ich habe dann mich mit meinem Kollegen abgesprochen und wir haben es dann so, wie wir es auch gelernt haben, dann abgearbeitet. Wir sind dann stehen geblieben. Ich bin durch das Fenster raus aufs Dach, habe mich oben aufs Dach gelegt, verkehrt rum, also quasi nach hinten rausgeschaut und habe ihm dann Anweisungen gegeben. Und mein Kollege ist dann wirklich schrittchenweise zurückgefahren auf derselben Spur, in der Hoffnung, dass wir nicht auf eine Mine fahren. Und das sind so Dinge, also wenn du da wieder rauskommst, da bist du nicht nur nass geschwitzt, sondern da schlottern da auch schon die Knie. Also das war dann schon. Aber solche Situationen hat man als Polizeibeamter, jetzt gerade mit der Mine natürlich nicht, aber lebensbedrohende Situationen, ja, die hast du schon sehr oft. Und als ich nach 40 Jahren in Pension gegangen bin, hat meine Frau gesagt, jetzt ist das erste Mal, dass ich mich nicht mehr um dich sorgen muss und keine Angst mehr um dich habe. Keksburg hat sich gefragt, wird man durch Korruption innerhalb der Polizei bei Ermittlungen behindert? Das habe ich nie erlebt. Ich halte das auch für nicht ausgeschlossen. Es mag sicherlich Korruption innerhalb der Polizei geben, aber die ist verschwindend gering. Das eine oder andere Kollege da vielleicht, dem will ich ja nicht zu nahe treten. Aber grundsätzliche Korruption, sage ich jetzt mal, habe ich nie erlebt, weil ein Polizeiberuf ein Beruf ist, den man bewusst ergreift und den man dann auch ausführt und eigentlich für Gerechtigkeit auch ist. Und deswegen sage ich jetzt mal, einfach relativ unempfänglich für Korruption ist. CR hat sich gefragt, hast du mehr Anerkennung oder Ablehnung in deinem Berufsleben erfahren? Ja, also im Familienkreis und Freundeskreis und so war die Anerkennung da, groß auch. Die Ablehnung ist klar. Wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, wir werden nie zum Kindergeburtstag eingeladen. Wir sind in einem Beruf tätig, der Menschen in der Regel immer in seine Rechte eingreift. Auch wenn man jemand anderen dafür schützen will oder für seine Rechte kämpft, einem anderen muss man dafür in die Rechte eingreifen. Und wer hat schon gerne mit der Polizei zu tun? Das muss man doch auch mal ehrlich sagen. Wir sind doch alle froh, wenn wir keine Polizei brauchen. Vor allem als junger Polizeibeamter habe ich das natürlich auch hautnah, auch körperlich erlebt. Als wir damals in Wackersdorf, da sollte ja die Wiederaufbereitungsanlage der Atomkraft gebaut werden im Bayerischen. Und da waren ja Bürger auch auf die Polizei nicht nur schlecht zu sprechen, sondern da waren Straßenkämpfe. Und das hat mich damals schon schwer belastet, weil ich mir gedacht habe, ich setze ja eigentlich nur Recht durch, was ja von politischer Seite her auch gewollt worden ist. Und das hat uns damals schon auch schwer belastet. Und das ist ja heute auch oft noch so, dass wir Dinge, die der Gesetzgeber beschlossen hat, dass wir die durchsetzen müssen. Also der Politiker geht nicht auf die Straße und setzt diese Gesetze durch, sondern das sind ja wir. Und deswegen werden wir auch da angefeindet. Ferry Dust interessiert. Wie hat sich die Polizeiarbeit in den letzten 40 Jahren verändert? Also ich sage jetzt mal, verändert hat sich die Polizeiarbeit vor allem im technischen Sinne und in der Eigensicherung. Eigensicherung will ich gar nicht groß darauf eingehen. Ich sage nur, das Vorgehen der Polizei, die Schutzwesten, die Ausrüstung, die ist ja mittlerweile super geworden. Ich will da nur mal ansprechen, diese ganze Kinderpornografie-Geschichte, das Internet, das Darknet. Dann natürlich die Wirtschaftskriminalität hat sich ja ins Internet oftmals verlagert. Also da sind viele Dinge plötzlich entstanden, Kriminalitätsformen, die es damals so aufgrund der Technik und so auch gar nicht gegeben hat. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Betreuung der Polizeibeamten durch diese oftmals seelische und körperliche Belastungen. Also wie ich als junger Polizist tätig war, es gab das Wort posttraumatische Belastungsstörung, Burnout oder so, das gab es ja überhaupt nicht. Damals war auch keine Betreuung der Polizisten vorgesehen groß. Der Zerstörer hat sich gefragt, wie geht die Polizei mit Rassismus in den eigenen Reihen um? Ich sage jetzt mal, Zero Tolerance. Meine persönliche Erfahrung und auch Meinung, ich war ja in verschiedenen Funktionen tätig, über 40 Jahre, ich habe keinen einzigen Rassismus erlebt. Und es mag sicherlich den einen oder anderen Kollegen, Kollegen geben, die vielleicht da rassistische Tendenzen haben, die muss man als Vorgesetzter sofort einfangen. Und ich war sechs, ich war über neun Jahre Polizeilehrer auch. Wenn wir gemerkt haben, dass Polizeischüler in diese Richtung abtriften, dann haben wir mit denen intensive Gespräche geführt. Und wenn wir der Meinung waren, nee, also der hat bei der Polizei aus diesen Gründen nichts verloren, dann sind die auch entfernt worden. Und deswegen, das wird natürlich jetzt sehr hoch gespielt auch und es ist auch okay, dass man da Augenmerk drauf legt. Aber ich sage, wir haben in eigenen Reihen so viele Nationalitäten. Wir sind im In- und Ausland tätig. Ich habe mit über 30 Nationen für die Vereinten Nationen zusammengearbeitet. Egal, ob das ein Schwarzer, ob das ein Weißer, ob das ein Chineser war, vollkommen wurscht. Das sind Kolleginnen und Kollegen. Ich will das natürlich auch nicht schönreden und wir wollen das auch nicht nur an den Teppich kehren. Und ja, es gibt auch solche Gruppen teilweise, die sich da verselbstständigen. Deswegen ist ja die Aufgabe in den eigenen Reihen. Und man muss sich mal vergegenwärtigen. Wir haben in Deutschland derzeit ungefähr 360.000 Polizeibeamte. 360.000. Und wie viele Sachen sind da jetzt berechtigt natürlich auch an die Öffentlichkeit gelangt und dann gibt es die Konsequenzen. Anna-Lena Verbockt möchte wissen, hast du Mobbing unterhalb von Kollegen und Kolleginnen erlebt? Nein, ich persönlich nicht. Auch das gibt es. Das ist richtig. Das Problem will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber auch das ist wichtig, dass man junge Polizeibeamte und Polizeibeamten da entsprechend auch ausbildet, soziale Kompetenz, um sich gleich am Anfang zu wehren, falls ein Kollege, eine Kollegin dementsprechend, sage ich jetzt mal, in die Richtung tendiert. Da muss man halt gleich entsprechend dagegen wehren. Jiboy hat sich gefragt. Wie erklärst du dir den zunehmenden Hass auf Polizisten? Natürlich wird der Hass heutzutage viel mehr transportiert durch die Medien, Internet und das Ganze nach außen und deswegen natürlich mehr wahrgenommen. Aber ich muss sagen, ich habe in 40 Jahren das nicht anders erlebt, also wie vor 40 Jahren und dann zum Ende. Und die Gründe sind doch klar. Wir leben ja in einem demokratischen Staat. Und Demokratie heißt, das hat die Mehrheit beschlossen und deswegen machen wir das. Und wenn es durchgesetzt werden muss, muss es die Polizei in der Regel machen. Ich erinnere nur an Corona. Da waren viele Dinge vielleicht auch dabei, wo man im Nachhinein sagt, hätte nicht unbedingt so sein müssen. Aber es wurde so beschlossen und dann muss es die Polizei eben umsetzen. Und dann sind wir als Träger der staatlichen Gewalt natürlich auch diejenigen, die angegriffen werden. Anna möchte wissen, inwiefern spielt Racial Profiling bei der Polizei eine Rolle? Das spielt eine Rolle in der Öffentlichkeit, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber Racial Profiling ist eben etwas, was oftmals sehr falsch interpretiert oder auch erklärt wird, aber innerhalb der Polizei. Racial Profiling heißt ja letztendlich nur, ich kontrolliere eine Person, vielleicht auch eine Sache, weil ich in eine bestimmte Richtung kontrolliere. Also ich würde das gerne mal an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Wir haben hier einen Auftrag, weil wir festgestellt haben, dass vor den Kindergärten sind 30er Zonen eingerichtet worden, wegen den Eltern, wegen den Kindern. Wir aber festgestellt haben, da wird durchgerasen und im Halteverbot geparkt. Also steht die Polizei da. Wen kontrolliert die Polizei vor einem Kindergarten? Mütter, Väter, Familienfahrzeuge etc. Wen kontrollieren wir nicht? Wir kontrollieren nicht das Fahrzeug, wo wir denken, das wird gerade gestohlen und soll verschoben werden. Wir wollen keine Ausländer kontrollieren, weil wir dort eine spezielle Kontrolle durchführen. Wir sichten, wir profilen, also wir versuchen herauszufiltern, für diese spezielle Tätigkeit, die ich jetzt mache, wen kontrolliere ich da? Und im Gegenzug, wenn ich heute mit dem Zug von Salzburg nach München fahre, um illegale Migration zu unterbinden, Schleuser festzustellen, da kontrolliere ich jetzt doch nicht im Zug oder auf der Autobahn. Die Familie, die zu dritt, zu viert, zu fünft im Fahrzeug sitzt, wen kontrolliere ich denn da? Offensichtliche Fahrzeuge, Kleintransporter oder was auch immer, wo ich sage, oh, das ist ein Personenkreis, der könnte da hinkommen. Die Bürger wissen ja nicht, was ich vorher getan habe. Deswegen glauben die Menschen oftmals, dass wir Racial Profiling durchführen. Das ist natürlich so nicht richtig. Kaffee Queen interessiert. Welche Auswirkungen hatte dein Beruf auf das private Leben? Gerade eben durch den Schichtdienst war es sehr oft so, dass ich bei manchen Veranstaltungen mit meiner drei Töchter gar nicht dabei gewesen bin und das oft im Nachhinein auch nur bereue oder was es mir ja auch leid tut. Die war so, dass meine mittlere Tochter hatte ihren Abschlussball, Tanzabschlussball und ich war bei einem Großeinsatz dabei. Ja, aber es ist halt schwierig und das habe ich versucht dann immer wieder auszugleichen, zu kompensieren, dass ich in der Freischicht, ich habe keine großen Hobbys gehabt, außer jetzt ein bisschen Sport oder so, aber wir waren immer alle zusammen und ich habe versucht, das dann zu kompensieren und meine Frau hat das halt in bewundernswerter Weise auch oftmals aufgefangen. The Win Do's, 9-2 hat sich gefragt, wie konntest du nach einem Arbeitstag am besten abschalten? Am schönsten war es, wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn mich meine Kinder empfangen haben, das war so, oder wenn ich zum Nachtdienst gegangen bin, habe ich immer einen Abschiedskuss gekriegt von meinen Kindern, muss man auch wissen. Meine Frau, meine Kinder mussten ja immer damit rechnen, dass ich nicht mehr komme. Das darf man nicht schönreden. Und deswegen war das für mich wichtig und auch das Schönste immer, nach Hause zu kommen, zur Familie. Und da konnte ich am ersten am besten abschalten und auch in Urlaub gemeinsam mit der Familie immer zu fahren. Ich bin da nicht alleine in Urlaub gefahren, sondern wir waren immer alle zusammen mit unserem Campingbus und haben da zusammen unsere Urlauber verbracht und da habe ich am meisten mich regeneriert. Quintin Lynch möchte wissen, welche Dinge aus Krimis im Fernsehen stimmen in der Realität nicht? Eigentlich alle. Ja, also das muss ich jetzt schon mal sagen. Das reelle Leben ist nicht vergleichbar. Das ist, viele Dinge sind in den Krimis die Stimme vorne und hinten nicht. Aber das ist natürlich eine Gefahr, weil die Leute dann glauben, so wie sie es im Krimi sehen, so ist es dann auch. Das geht bei der Schießerei los und der Polizist, der Kriminaler rennt vorne weg, wenn das von der Einsatzkommando kommt oder wie auch die Kollegen dann oftmals miteinander umgehen oder so Geschichten. Also da regen wir Polizistinnen und Polizisten uns oftmals auf, weil wir sagen, oh Gott, das ist... Aber, mei, klar, das Leben ist oftmals eben anders und das wollen die Bürger im Kino natürlich nicht sehen. Da muss Action her und da muss das halt alles ein bisschen überspitzt werden. Hanfmarkt interessiert. Wie stehst du zur Legalisierung von Gras? Seit 40 Jahren führe ich solche Diskussionen nicht nur im Kolleginnen- und Kollegenkreis, sondern auch mit meiner Familie. Gerade jetzt unter Legalisierung von Marihuana. Ja, die Frage, ich bin eigentlich grundsätzlich dagegen, weil wir da Tür und Tor öffnen und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wiewohl die Frage ist natürlich, wenn wir nach 40 Jahren immer noch auf dem gleichen Stand sind wie vor 40 Jahren, sollte man nicht mal grundsätzlich auch mal darüber nachdenken, wie man mit dem Problem Drogen umgeht. Was ich sehr gut finde, ist diese Möglichkeit, dass Menschen, die drogensüchtig sind, dass denen geholfen wird, dass die in ein Methadon-Programm kommen, dass man versucht, die wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Das ist ganz wichtig. Aber ich persönlich tue mir da sehr schwer mit Legalisierung der Drogen, zumal man ja auch nicht genau weiß, was da alles für ein gepanschtes Zeug mittlerweile auch auf dem Markt und so weiter ist. Black Belt möchte wissen, würdest du dich wieder für diesen Beruf entscheiden? Kurz und knapp, ja. Ich habe jeden Tag genossen und ich bin eigentlich jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen. Und klar gibt es da mal Höhen und Tiefen. Aber das ist ein so ausfüllender Beruf, weil man so viel für Menschen tun kann und so viel dann auch oftmals zurückkriegt. Das ist Dienst am Menschen. Das ist wichtig und erfüllend. Manu möchte wissen, wie verbringst du deine Zeit seit der Pension? Also, ich bin ja ehrenamtlich tätig in einem Kinderhilfswerk für Lachen helfen, Polizisten und Soldaten, die Kindern im Ausland helfen, Schule, Waisenhäuser, Bau- und Krankenhäuser. Und dann bin ich auch derzeit ehrenamtlich tätig und betreue ukrainische Kriegsflüchtlinge bei Behördengängen, den ganzen Zeug. Und dann habe ich mit meinem Moderator Philipp Beckmann einen Podcast. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, da einfach mal reinzuhören. www.polizistausleidenschaft.de auf der Homepage, auf allen Kanälen, wo man einen Podcast hören kann, da könnt ihr da mal reinhören. Da erzähle ich so frei von der Leber weg, wie der Polizeidienst abläuft, auch international natürlich, welche Einsätze ich da gefahren habe, was man da machen kann. Also, wer da reinhören will, ist gerne willkommen. Und ja, ansonsten versuche ich viel mit meiner Frau jetzt zu verbringen, die Jahre, wo wir oftmals getrennt waren, das ein bisschen zu kompensieren. Und dann gehen wir mit dem Stand-Up-Puddle aufs Wasser. Wenn ihr zukünftig kein Video verpassen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr den nächsten Video sehen wollt mit dem Wirtschaftskriminologen Benjamin Schorn über den Wirecard-Skandal, dann klickt hier.